Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karin Miosga. Guten Abend. Alles bleibt, wie es ist. So scheint es nach den Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Marlo Dreyer und Winfried Kretschmann dürfen weitermachen. Die Frage ist nur, mit wem? Dass in Rheinland-Pfalz weiterhin die Ampel aus SPD, Grünen und der FDP regieren kann, war den ganzen Wahlabend klar, zu den Hochrechnungen dort gleich. Doch was ist im Nachbarland, wo Wahlsieger Kretschmann mehrere Optionen hat? Macht er weiter mit einer CDU, die gerade das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren hat? Oder wählt er eine Ampel? Oder reicht es sogar für Grün-Rot? Bevor Jörg Schönborn in unserem Stuttgarter Wahlstudio gleich die aktuellen Zahlen präsentiert, berichtet Julia Henninger über die Reaktionen in Baden-Württemberg. Statt Wahlparty drei Fäuste für den Wahlsieger. Zum dritten Mal haben es die Grünen geschafft. Und das im ursprünglichen Stammland der CDU. Nun hat er die Wahl. Winfried Kretschmann. Ja, jetzt wird es sondiert. Ich spreche also mit CDU, SPD und FDP. Und dann wird man sehen, was diese Sondierungsgespräche ergeben. Der CDU bleibt da nur noch hoffen. Sie hat das historisch schlechteste Ergebnis eingefahren. Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann übernimmt die Verantwortung. Die Maskenaffäre eher zweitrangig. Naja, sie hat sicher jetzt nicht geholfen. Das war jetzt nicht das, was man als Rückenwind bezeichnet. Aber insgesamt, im gesamten Wahlablauf, war das jetzt in den letzten Tagen etwas, was sicher bei den Wählerinnen und Wählern auch nochmal eine dementsprechende Stimmung ausgelöst hat. Aber jetzt auch nicht das alles Entscheidende. Bleibt es trotzdem bei Grün-Schwarz? Oder kommt die Ampel? Die FDP übt schon mal die Annäherung an die Grünen. Also zunächst mal darf ich vielleicht festhalten, dass die FDP der Gewinner des heutigen Abends ist. Wir haben das beste Wahlergebnis seit 1968. Haben auch den höchsten Zugewinn aller Parteien. Und damit glaube ich schon, dass wir einen Regierungsauftrag haben. Die SPD kommt auch schon um die Ecke und ist zu einer Ampelkoalition. Oder reicht es am Ende sogar für Grün-Rot? Die AfD hat Verluste einkassiert. Sicher ist, mit ihr will niemand koalieren. Für das Super-Wahljahr jedenfalls ein guter Start für die Grünen. Wir sind jetzt in den letzten Jahren immer weiter nach oben geklettert. Und gerade weil es so viel Veränderung brauchen wird nach dieser Corona-Pandemie, treten wir an, im Bund eben diesen Auftrag dort auch in die Wege zu leiten. Um ihn buhlen sie nun alle, Winfried Kretschmann. Er kann sich ganz in Ruhe aussuchen, mit wem er im Landtag weiter regieren will. Jörg Schönborn in unserem Wahlstudio in Stuttgart. Die Kollegen von Infratest Dimap haben noch einmal neu gerechnet. Was sagt die neueste Hochrechnung für Baden-Württemberg? Ja, wir sind fast am Ziel. Aber die entscheidende Frage an einer Stelle ist noch offen. Nicht die Frage, wer die Wahl gewonnen hat. Die Grünen mit dem besten Ergebnis in der Bundesrepublik in einem Land überhaupt. Knapp 33 Prozent. CDU tief 24. AfD 9,8. Die SPD verliert 10,9. Die FDP 10,4 gewinnt. Die anderen Parteien spielen keine Rolle. Klar ist, dass die alte Koalition aus Grün und Schwarz mit satter Mehrheit weitermachen kann. Jetzt kommt wieder die offene Frage. Im Moment hätten Grün und Rot genau die Hälfte der Sitze, also einen zu wenig für die Mehrheit. Da müsste im Moment also noch die FDP dazu völlig offen, ob am Ende des Abends in einer halben oder dreiviertel Stunde beim Endergebnis auch Grün-Rot alleine reichen würde. In Baden-Württemberg haben die Grünen aber, und das sieht man an der Wählerwanderung, etwas ganz Interessantes geschafft, was ich gleich noch vertiefen will. Sie haben der CDU den größten Wählerstrom abgenommen. 70.000 gehen vom Kleinen zum großen Regierungspartner. Sie gewinnt auch ein bisschen von der SPD, ein ganz klein bisschen von der AfD. Traditionell wäre das der größere Strom, aber man sieht, wie eng hier die Verbindungen zwischen Schwarz und Grün sind. Sie verliert vor allem an die Nichtwähler und an die FDP. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, wo diese schwarzen Wähler hier auf dieser Grafik zu finden sind. Eigentlich sind die Grünen eine Partei, die hier in den jungen und mittleren Altersgruppen die Höchstwerte hat und dann ab 60 kleinere Zahlen bekommt. Das Spannende ist, dass die Grünen hier mit 35 Prozent selbst die CDU, die normalerweise die Senioren bindet, überrundet. Es sind also vor allem die Älteren, die jetzt auch noch zu den Grünen gewandert sind. Und wenn man sich die Bewertung der Grünen-Partei in Baden-Württemberg durch die Wählerinnen und Wähler ansieht, dann hat man ein Gefühl dafür, wie eine Partei auf dem Weg zur Volkspartei ist. Jeweils mehr als die Hälfte der Befragten sagen, die Grünen sollten an der Bundesregierung beteiligt sein. Die Grünen vertreten Werte und Ziele, die mir persönlich wichtig sind. Winfried Kretschmann ist der wichtigste Grund, die Grünen zu wählen. Wohlgemerkt, die Partei hat 33 Prozent und das sind Werte hier über 50. Das ist eine breite Zustimmung, eine breite Identifikation, die die Grünen so in keinem anderen Bundesland haben. Danke für den Moment, Jörg Schönborn. Und bevor wir gleich zu der anderen Gewinnerin nach Rheinland-Pfalz schauen, müssen wir über die Verlierer reden. Das habe ich getan, kurz vor der Sendung und zwar mit dem CDU-Politiker Norbert Röttgen, der auch Mitglied des Präsidiums ist. Guten Abend, Herr Röttgen. Guten Abend, Frau Miosga. In beiden Ländern das schlechteste Ergebnis aller Zeiten für Ihre Partei. Ist das jetzt nur das schlechte Corona-Management und die Maskenaffäre oder gibt es ein grundsätzliches Problem? Ja, also erstens, das sind traurige Ergebnisse. Bitter in diesen beiden Bundesländern, die mal Stammländer der Union waren. Und es hat ganz stark natürlich mit der Popularität der Amtschefs, der Amtsinhaber zu tun, vor allen Dingen mit der von Winfried Kretschmann. Aber wie Sie sagen, es gibt auch politische Themen, die wir jetzt angehen müssen. Nehme ich welche? Ich würde sagen, es ist die Corona-Politik. Ich glaube, es muss jetzt klargestellt werden, dass und wie Impfen und Testen Teil der Pandemiebekämpfung wird als Strategie. Das zweite, wir müssen bei dem Thema Verquickung von wirtschaftlichen Interessen mit dem Mandat in der Offensive bleiben. Und das dritte ist, wir haben ja auch einen Anspruch, Gestaltungsanspruch über Corona hinaus. Spätestens nach der Pandemie müssen wir die Zukunftsthemen beherrschen. Und wenn wir das als Lehre ziehen, dort präsent zu sein, dann ist es ein angekommener Weckruf. Der Gestaltungsprozess interessiert mich. Schwarz-Grün ist ja ein Bündnis, das Sie sich für den Bund immer gewünscht haben. Wenn Winfried Kretschmann nun aber möglicherweise eine Ampel auf die Beine stellen sollte, dann beginnt diese Superwahl ja vielleicht gleich mit zwei Ampeln. Denn in Rheinland-Pfalz wird sie womöglich auch fortgesetzt. Macht Ihnen das Angst für die Bundestagswahl? Es macht die Sache und die Sachlage klarer. Wenn die CDU nicht hinreichend stark bleibt, klar über 30 Prozent, und wenn dann Mehrheiten ohne die CDU gebildet werden können, dann werden sie gebildet und dann werden wir nicht im Kanzleramt sein. Das heißt, der Ernst der Lage, auch für die Bundestagswahl, der ist mit heute Abend viel deutlicher geworden. Und darum bin ich ja für Schwarz-Grün, aber ich bin eben für Schwarz an erster Stelle. Und darum müssen wir stark genug sein, denn sonst gibt es andere, bunte, linke, was auch immer, für Konstellationen. Was heißt das für Ihren Spitzenkandidaten? Winfried Kretschmann und Malu Dreyer haben heute vor allem gewonnen, weil sie als glaubwürdig gelten und sehr beliebt sind. Heißt das für die Kanzlerkandidatur, dass die Union den in der Bevölkerung deutlich beliebteren Markus Söder ins Rennen schicken sollte? Ich glaube, dass das Wahlmuster für Ministerpräsidenten nicht auf das Wahlmuster für das Amt des Bundeskanzlers übertragen werden kann. Aber es hat was mit Beliebtheit zu tun und da ist er deutlich vorne. Beliebtheit ist natürlich wichtig, gar keine Frage. Popularität zählt, wie ist die Zustimmung in der Bevölkerung? Aber es geht um ganz andere Anforderungen. Es geht um Themen. Wer führt das Land? Wie ist unsere Position in Europa gegenüber der Welt? Wie bleiben wir wirtschaftlich innovativ und schaffen Klimaschutz mit wirtschaftlichem Erfolg, industriellem Erfolg zu verbinden? Denn dieser Kompetenzanspruch, der muss verkörpert werden. Den muss die Partei, die CDU, die CSU verkörpern und auch natürlich ihr Spitzenkandidat. Das heißt, es ist komplexer. Ich weiß, es ist komplexer, aber es braucht trotzdem jemanden, der diese Führungserzählung auch glaubwürdig rüberbringen kann. Die Ergebnisse zu Beginn dieses Superwahljahres sind nicht gerade ermutigend für den neuen CDU-Vorsitzenden Laschet. Das stimmt, die sind für die gesamte CDU schwierig. Aber wir werden natürlich nicht mutlos werden. Wir müssen nur die richtigen Lehren aus diesen schlechten Ergebnissen ziehen. Dann ist alles drin. Ich gebe zu, es ist an der Zeit. Die Zeit drängt, aber wir haben Zeit. Wir müssen jetzt agieren. Dann ist noch alles drin. Für wen sprechen Sie sich aus? Wenn ich Vorsitzender geworden wäre, und ich habe das auch vorher immer so gesagt, dann werde ich dafür sorgen, dass die beiden Parteivorsitzenden einen den richtigen und guten Vorschlag machen. Und so sollten jetzt das und werden jetzt das Armin Laschet und Markus Söder auch machen. Danke Ihnen für das Gespräch, Norbert Röttgen. Ich danke Ihnen sehr. Die CDU in Rheinland-Pfalz ist im Spiel um die nächste Regierung weit außen vor. Sie lenkte bis jetzt in Mainz und wird das auch weiterhin tun. Malo Dreyer, die auf ihren Wahlplakaten vor allem mit sich selbst warb, hat damit ihrer SPD einen selten gewordenen Triumph bereitet. Einen Sieg bei großen Wahlen. Peter Sonnenberg über Stimmen und Stimmung in Mainz. Wahlpartys, wie es sie wohl noch nie gegeben hat. Kleine Grüppchen Abgeordneter, jede Fraktion in einer anderen Ecke im Innenhof des Mainzer Abgeordnetenhauses. Wenn überhaupt Party, dann bei der SPD. Sie kann weiter regieren, weil sie in einem ganz auf Malu Dreyer konzentrierten Wahlkampf die Wähler am besten überzeugen konnte. In Rheinland-Pfalz haben wir gezeigt, dass die Ampel sehr gut regiert hat. Das haben wir jetzt die Bürger und Bürgerinnen auch unterstrichen mit diesem Wahlergebnis. Und warum soll der Bund nicht auch darauf hingucken? Aber am Ende bleibt es dabei. Die SPD muss auch auf der Bundesebene zulegen. Ich bin auch optimistisch, dass wir auch dort mit Programm und Spitzenpersonal das erreichen können. In Rheinland-Pfalz könnte die Ampel weitermachen. Die FDP wohl mit leichten Einbußen, aber die Grünen gingen gestärkt in eine künftige Regierung. Wir Grüne haben uns deutlich verbessert. Und für uns ist das ein klarer Regierungsauftrag, auch die Zukunft von Rheinland-Pfalz zu gestalten. Und dass wir uns für den konsequenten Klimaschutz, Umweltschutz und eine Mobilitätswende einsetzen. Ist Rheinland-Pfalz sogar die Vorlage für eine Ampel im Bund? Und der Kanzlerkandidat sagt ja. Das, was wir heute sehen, ist, dass Regierungsbildung möglich ist ohne die CDU. Und das ist ja das, was wir auch anstreben mit dem Bundestagswahlkampf, in dem wir die Bürgerinnen und Bürger überzeugen wollen, dass es eine gute Zukunft für Deutschland gibt und dass wir dazu einen Plan haben. Der Plan dürfte aber nur dann aufgehen, wenn die CDU im Bund ähnlich desaströs abschneidet, wie heute in Rheinland-Pfalz, wo sie ihr historisch schlechtestes Ergebnis einfuhr. Es ist noch keine vier Wochen her, da waren die Umfragen völlig anders. Und es kam natürlich einiges dazwischen, was uns keinen Rückenwind verpasst hat. Dass wegen Corona zwei Drittel der Wähler per Brief ihre Stimme abgegeben haben, könnte sich für die CDU sogar noch positiv ausgewirkt haben. Die in der vergangenen Woche bekannt gewordene sogenannte Maskenaffäre um Provisionen für Unionspolitiker konnte Briefwähler, die ihr Kreuz schon vorher gesetzt hatten, nicht mehr beeinflussen. Und auch hier wollen wir natürlich von Jörg Schönborn wissen, wie sehen die neuesten Zahlen aus für Rheinland-Pfalz? Die SPD schafft es zum ersten Mal seit vier Jahren, ein Ergebnis von der Vorwahl zu halten. Fast auf das Zehntel genau im Moment 36,1 Prozent für die SPD. Die CDU im Allzeittief in Rheinland-Pfalz 27,1. AfD einstellig 8,4. FDP über der Hürde 5,6. Die Grünen sind der größte Gewinner der im Regierungsbündnis befindlichen Parteien, 9,4. Freie Wähler 5,2, knapper drin, als es über einen Teil des Abends schien. Die Ampelkoalition kann auf jeden Fall weiter regieren. Für Rot-Grün sieht es im Moment knapp aus. 51 Sitze wären dafür erforderlich. 50 sind es im Moment wahrscheinlicher. Also, dass die FDP weiterhin als Partner gebraucht wird. Das Interessante an der Entwicklung in Rheinland-Pfalz ist, dass die rote Kurve, also die Umfragekurve für die SPD, wirklich erst in den letzten Tagen den Knick nach oben nimmt. Und das hat, wie gerade gesagt, natürlich ein bisschen mit der Maskenaffäre zu tun. CDU-Wähler sind vor allem zu Hause geblieben. Das hat sicherlich auch mit den Öffnungsbeschlüssen der Ministerpräsidentinnen zu tun. Malu Dreyer war ja eine Vorkämpferin in einem Land, das relativ geringe Inzidenzen hatte. Und man sieht, dass in der Frage, wer gut durch die Corona-Krise führt, sie in Rheinland-Pfalz die Nase vorn hat vor Merkel, deutlich vor jemandem wie Spahn. Interessant ist aber, wenn wir uns die Wählerstruktur der SPD angucken, dass etwas Ähnliches passiert ist wie bei den Grünen in Baden-Württemberg. Das hier sind die Altersgruppen und die Ergebnisse für die SPD in den verschiedenen Altersgruppen. Und wenn man dann nach ganz unten guckt, dann gibt es eine Gruppe, wo die SPD sogar deutlich gewonnen, nicht nur gehalten hat. Und das sind die über 70-Jährigen. Bei den Jungen klar verloren, bei den Alten klar gewonnen. Und das sind zu einem guten Teil, wie wir in der Wählerwanderung sind, CDU-Wähler, die eben in Baden-Württemberg zu den Grünen und in Rheinland-Pfalz zur SPD gegangen sind. Ganz sicher wegen einer Figur, die ihnen Vertrauen eingeflößt hat. Danke, Jörg Schönborn. Und ich begrüße die neue und alte Regierungschefin in Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Guten Abend, Frau Dreyer. Guten Abend, Frau Miosga. Sie haben heute gewonnen. Klar, das ist toll. Aber Ihre Partei, die SPD, die verliert an Zustimmung in allen sachpolitischen Themen. Das muss Sie wurmen. Nein, ich bin heute einfach nur glücklich und zufrieden. Denn die SPD und ich als Spitzenkandidatin, wir haben heute wirklich einen fulminanten Wahlsieg nach Hause gebracht. Und ich bin unglaublich dankbar den Bürger und den Bürgerinnen, dass sie mir das Vertrauen wieder schenken. Und natürlich bleibt es weiterhin unsere Aufgabe, das Allerbeste zu tun. Und auch wir werden analysieren, was sind die Plus, was sind die Minuspunkte. Und wir haben immer das Bestreben, immer auch noch besser zu werden. Wenn wir heute lernen, Frau Dreyer, dass die starke Führungspersönlichkeit, wie Sie eine sind, eine wirklich entscheidende Rolle gespielt hat für die Wähler. Was heißt das dann eigentlich für die Schwächeln der SPD im Bund und ihren Spitzenkandidaten Olaf Scholz? Das heißt im Moment gar nicht viel. Denn wenn Sie ein paar Wochen zurückschauen nach Rheinland-Pfalz, da sehen Sie auch, dass wir in den Prognosen eigentlich weit hinter der CDU noch gelegen haben. Und wir haben erst in dem Moment, wo Bürger und Bürgerinnen dann auch verstanden haben oder realisiert haben, es geht jetzt wirklich um die Wahl hier in unserem Bundesland, dann hat sich das Ganze wirklich auch gedreht. Und ich bin sehr, sehr zuversichtlich, dass, wenn klar ist, das Rennen in der Bundestagswahl ist eröffnet, wer soll in Zukunft die Bundesrepublik Deutschland führen, dann hat Olaf Scholz als wirklich sehr, sehr guter Spitzenkandidat alle Chancen mit einer geschlossenen Partei und einem großen fortschrittlichen Programm. Im Moment krepelt die SPD aber schon eigentlich mittlerweile seit zwei Jahren bei 15, 16, 17 Prozent rum. Der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak sagt heute über die SPD, sie sei jetzt eine ehemalige Volkspartei. Hat er nicht recht? Na, mich wundert, dass das gerecht in der CDU-Generalsekretär heute etwas über die SPD sagt. Ich bin vollkommen klar an dieser Stelle, die SPD versteht sich inhaltlich als Volkspartei. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, dann auch wieder an Stärke zu gewinnen, was die Wahlstimmen betrifft. Wir werden mit großem, mit wirklich einem guten Programm, mit einer geschlossenen Partei, einem sehr guten Spitzenkandidaten dann auch werben um das Vertrauen. Heute freuen wir uns als SPD über diesen Wahlsieg in Rheinland-Pfalz. Aber wenn die SPD nicht entscheidend zulegt, dann wird sie maximal als Juniorpartner mit regieren können im Bund. Bei Ihnen in Rheinland-Pfalz wollen alle Partner die Ampel fortsetzen. Und mit der regieren Sie ja auch schon erfolgreich. Können Sie die auch für den Bund empfehlen? Ich finde, wir haben sehr gut regiert die letzten fünf Jahre in dieser Ampelkoalition. Und natürlich könnte das auch ein Modell sein. Aber es gilt eigentlich bei allen Wahlen, und das war auch immer meine Herangehensweise, es geht darum, dass die SPD stark wird. Und das muss sie auf Bundesebene auch schaffen. Ich bin zuversichtlich, dass man es mit gemeinsamer Kraft auch schaffen kann. Und danach stellt sich dann die Frage, mehr können Koalitionspartner sein. Und bei uns hier im Land ist es Gott sei Dank so, dass die alte Ampel auch wieder eine neue Ampel werden kann. Aber ich muss noch mal nachfragen, wenn Sie regieren wollen, dann auch unter grüner Führung? Naja, wir haben ja ganz klar den Anspruch, dass wir als SPD führen. Das ist ja vollkommen klar. Und mit diesem Anspruch treten wir bei der Bundestagswahl auch an. Also nichts anderes planen wir, sondern wir wollen stärkste Partei werden. Das ist eine Frage, die müssen wir heute nicht besprechen, Frau Mioska. Sie müssen entschuldigen. Aber natürlich gilt für die SPD auf der Bundesebene das, was für mich auch gegolten hat. Nämlich mit ganzer Kraft in die Wahl zu gehen, alles dafür zu tun, um stärkste Partei zu werden. Und das wird auch unser Ziel sein als SPD auf der Bundesebene. Danke Ihnen für das Gespräch, Malu Dreyer. Ich danke Ihnen. Und das Interview mussten wir vor der Sendung führen. Die Wahl und was folgt daraus? Die Meinung von ARD-Chefredakteur Reinhard Beck. Ein starker Ministerpräsident und eine populäre Regierungschefin haben es wieder einmal geschafft. Mit guten Persönlichkeitswerten und zumindest im Fall der SPD gegen den Bundestrend. Gerade der Erfolg von Malu Dreyer könnte der arg gebeutelten ältesten Partei Deutschlands neuen Lebensmut einhauchen. Nötig hätte sie es, denn bundesweit steht die SPD mit dem Rücken zur Wand. Immer wieder entfacht die Partei unnötigen Streit in den eigenen Reihen, wie die jüngste Kritik der Parteivorsitzenden Esken an verdienten Parteimitgliedern belegt. Ob also der Erfolg in Rheinland-Pfalz für die SPD insgesamt einen positiven Trend bedeutet, darf schon mal bezweifelt werden. Nicht viel besser geht es nach dem heutigen Abend der CDU. Ihr neues RAF-Zahn-Image hat sich negativ ausgewirkt. Soll heißen, die Wähler haben die Quittung ausgestellt für die Masken- und Aserbaidschan-Affäre. Und ein weitgehend verkorkstes Impf- und Testmanagement des Laschet-Unterstützers Spahn tut sicher ein Übriges. Nicht nur in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sitzt die Union derzeit auf dem absteigenden Ast. Ohne Übertreibung kann man sagen, die einstigen Volksparteien CDU und SPD sind nur noch die größten schrumpfenden Parteien in Deutschland. Geübt in Selbstdemontage und Mittelmaß. Wie es anders geht, zeigen einmal mehr die Grünen. Ihr Kernthema der Klimawandel zieht und auch bei anderen Themen können sie mittlerweile punkten. In Baden-Württemberg jedenfalls dürfen die Grünen entspannt weiterregieren, sich sogar aussuchen mit wem. Und auch in Rheinland-Pfalz dürfte das bisherige Regierungsbündnis, die gute alte Ampel, eine Laufzeitverlängerung erhalten. Bleibt noch eine weitere wichtige Botschaft des Abends. Die AfD hat in beiden Ländern an Zustimmung verloren. Das ist erfreulich und ganz bestimmt gut für Deutschland. Die Meinung von Reinhard Becker. Und damit kommen wir zum Sport- und zur Fußball-Bundesliga. Gestern hatte ja Tabellenführer Bayern München mit einem Sieg vorlegen können. Heute war der Verfolger mit dem Vorhaben, Anschluss zu halten, weniger erfolgreich, Andreas Keckel. Ja, das stimmt. Die Leipziger, die haben heute mal wieder wertvolle Punkte liegen gelassen im Kampf um die Meisterschaft. Obwohl das 1 zu 1 gegen Frankfurt, das muss man auch erstmal ein bisschen einordnen. Zumal die Eintracht nach wie vor das erfolgreichste Team des Jahres stellt und unlängst die Bayern ja geschlagen hat. Und wenn man dann noch bedenkt, dass Leipzig durchaus gut gespielt und nur das Toreschießen vergessen hat heute, dann können die Sachsen durchaus zuversichtlich weiter auf ihren ersten Titelgewinn schielen. Auch wenn die Stimmung beim Tabellenzweiten heute erst einmal von eher wenig Optimismus geprägt war. Es fühlt sich nicht nur an wie ein Rückschlag, es ist auch ein kleiner Rückschlag im Titelkampf. RB Leipzig scheitert an sich selbst. Es ist nicht einfach, es ist nicht einfach nur den Ball reinzuspielen, sondern du musst dich ein bisschen in die Situation kämpfen und dich ein bisschen mehr reinhauen. Ich finde, das hat ein bisschen heute gefehlt. Dabei ist der Start vielversprechend. Leipzig überfällt die Eintracht, kleubert. Aber Trapps überragende Fußparade verhindert die RB-Führung nach sieben Minuten. Julian Nagelsmanns Leipziger dominieren die erste Hälfte, belohnen sich aber erst in der zweiten. Kleubert's Distanzschuss kann Trapp nur nach vorn und nicht zur Seite abwehren. Forsberg 1 zu 0, der Schwede per Direktabnahme technisch stark. Doch die Eintracht schlägt nach 61 Minuten zurück. Kamada völlig frei, zum 1 zu 1 Unentschieden, das Frankfurt weiter von der Champions League träumen lässt. Das ist ein super Punkt für uns und der uns aktuell in der Tabelle auch gut tut. Leipzig dagegen stolpert im Meisterrennen. Ich finde immer, Parolen rauszuholen, wenn man gerade nicht gewonnen hat, ist ein bisschen schwachsinnig. Sondern wir wissen, dass wir es nicht in der eigenen Hand haben. RB bleiben aber noch neun Spiele. Abgehakt ist die Meisterschaft somit noch lange nicht. Überraschend. Anders kann man es kaum ausdrücken, was sich da heute in Leverkusen zugetragen hat, wo sich der Gastgeber immer weiter von den Champions League Plätzen entfernt. 1 zu 2 unterlag die Truppe von Peter Borsch heute einem der heißesten Abstiegskandidaten, Arminia Bielefeld nämlich. Für die Arminia der erste Sieg überhaupt in diesem Jahr, belohnt mit dem Sprung raus aus der Abstiegszone. So sieht's aus, wenn man im Tabellenkeller einen Überraschungssieg holt. Die Arminia ist wieder da und springt nach dem ersten Sieg des neuen Trainers auf einen Nicht-Abstiegsplatz. Was hatte Bielefeld heute, Bayer Leverkusen, voraus? Warum haben Sie gewonnen? Ja, alle gemeinsam. Laufen, kämpfen, das ist alles. Und das reicht gegen Leverkusens Schönspielerei. Defensiver Einsatz und Torwart Ortega zeichnen Bielefelds Ausflug an den Rhein heute aus. Nach vorne sind die Ostwestfalen von Beginn an interessiert an schnellem, unkomplizierten Fußball und gehen nach einer guten Viertelstunde nach Vorlage von Christian Gebauer durch Rizzo Duan in Führung. In der zweiten Halbzeit ist es dann der eben gehörte Masaya Okugawa, der mit seinem ersten Bundesligator auf 0 zu 2 stellt. Der verdiente Lohn, Leverkusen frustriert. Herr Boss, Sie waren jetzt lange in der Kabine. Was haben Sie der Mannschaft gesagt? Heute nix. Weil er sauer ist. Denn Leverkusen schießt nur noch das 1 zu 2 durch Patrick Schick. Zu wenig. Als es am Ende schnell gehen muss, verweigert dieser Balljunge Leverkusens Leon Bailey dann das Spielgerät. Leverkusen steht sich selbst im Weg. Während der Arminia ein Riesenüberraschungscoup gegen den Abstieg gelingt. Als Aufsteiger auf die internationale Bühne? Warum eigentlich nicht, meint der VfB Stuttgart und hat nach dem 2 zu 0 gegen Hoffenheim gerade noch 4 Punkte Rückstand auf die eben gesehenen Leverkusen und damit auf einen internationalen Startplatz. Ein Höhenflug, den die Schwaben vor allem einem zu verdanken haben, der heute sogar einen legendären VfB-Rekord einstellen konnte. Sascha Kalajcic hellwach. Der Österreicher knackt einen Rekord aus der Saison 95-96. Das Erfolgsrezept, die Schnelligkeit von Silas Wamangituka und die Kaltschnäuzigkeit von Kalajcic. Das 2 zu 0 in der 64. Minute. Kalajcic trifft im 7. Spiel in Folge der Rekord von Freddy Bobic eingestellt. Ja, macht mich extrem stolz und glücklich, wenn ich sowas höre und mit solchen Namen verbunden werde. Vor dem Spiel und während des Spiels ist mir das egal. Also ich denke ja nicht dran, es wird halt nur von anderen Leuten aufgepusht. Aber natürlich ist es wunderschön, dass ich regelmäßig treffen darf. Auch beim 1 zu 0 in der 15. Minute ist der 23-Jährige beteiligt. Wieder geht es über Silas Wamangituka und der Hoffenheimer Adams mit einem Geschenk für den VfB. Silas hat mich super gefunden, hat mich ein paar Mal versucht zu finden. Und das erste Torjahr war ja fast ähnlich. Ich habe ihn halt nicht erwischt, aber drin ist er und das reicht. Das reicht dem VfB, weil Gregor Kobel die wenigen Chancen der Hoffenheimer glänzend pariert. Der VfB Stuttgart ist nun seit fünf Spielen ungeschlagen, auch dank Sascha Kalajcic. Ja, das ist die Tabelle nach dem 25. Spieltag. Die Bayern weiter vorne, vier Punkte dahinter Leipzig. Wolfsburg bleibt dritter vor Frankfurt und Dortmund. Leverkusen auf Rang sechs. Gladbach folgt auf zehn vor Hoffenheim. Bielefeld hat die Abstiegszone verlassen. Da jetzt Hertha WSC, Mainz und Schlusslicht Schalke. Die deutschen Handballer haben die Olympia-Qualifikation geschafft. Beim entscheidenden Turnier in Berlin setzte sich die Mannschaft von Alfred Gislason in ihrer letzten Partie mit 34 zu 26 gegen Algerien durch. Nach den Hockey-Frauen und Männern sowie der Fußball-U21-Nationalmannschaft sind die Handballer damit das vierte deutsche Team, das sich für Tokio qualifiziert hat. Tokio, wir kommen! Die strahlenden Gesichter der deutschen Handballer passen zum erreichten Ziel. Das Ticket für Olympia ist gesichert. Nachdem man 2016 ja in Brasilien schon mal mit dabei war, weiß man, was so eine Olympische Spiele einfach bedeuten. Also für mich ist das das größte Sportereignis, was es für einen Sportler nur geben kann. Gegen die noch punktlosen Algerier wird die deutsche Mannschaft ihrer Favoritenstellung von Beginn an gerecht. Er zählt viele Tore durch schnelle Tempo-Gegenstöße. Bereits zur Pause führt das Team von Bundestrainer Alfred Gislason mit 17 zu 14. In der zweiten Hälfte überzeugt vor allem Julius Kühn mit acht Toren beim am Ende deutlichen 34 zu 26. Mit zwei Siegen und einem Unentschieden beendet die deutsche Mannschaft das Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin, was auch nach dem Abpfiff noch gebührend gefeiert wird. So, neue Woche, neues Glück. Carsten, möchte uns das Wetter versöhnen? Es wird schwer. Es wird sehr schwer, Karin, angesichts des Wetters, was auf uns zukommt. Es wird nasskalt weitergehen. Und in den Bergen meldet sich der Spätten dann noch einmal zurück. Wir haben hier mal aufgezeigt, wie die Schneeverteilung, die Schneehöhe in Deutschland am Ende des Mittwochabends aussehen könnte. In den Mittelgebirgen und am Alpenrand liegt einiges an Schnee. Und an Neuschnee-Menge in den nächsten drei Tagen kommen in den nördlichen Mittelgebirgen 10 bis 20 Zentimeter hinzu. Im Schwarzwald 20 bis 50 und am Alpenrand sogar 40 bis 80 Zentimeter. Das Wetter dazu. Schon heute Nacht ziehen neue Schauer, meist in Form von Regen, aber in den höheren Mittelgebirgslagen in Form von Schnee, hier im Westen herein. Und ziehen dann morgen Vormittag Richtung Süden weiter. Tagsüber sind kurze Gewitter dabei und später dann am Nachmittag kann es zumindest im Nordwesten größere Wolkenlücken geben und hier dann auch längere Zeit sonniges Wetter. Die Temperaturen liegen morgen früh bei Werten zwischen minus einem und plus fünf Grad. Tagsüber meistens im einstelligen Bereich drei bis neun Grad einzig am Rhein sind die zehn Grad möglich. Wechselhaft viele Wolken, kaum Sonnenschein. So geht es auch am Dienstag und Mittwoch weiter. Wobei zumindest in der Nordhälfte eine kleine Wetterberuhigung festzustellen ist. Hier bleibt es meistens trocken. Am Alpenrand hingegen wird es an beiden Tagen weiter schneien. Es sind also zumindest gute Aussichten für alle Menschen, die sich über den Schnee freuen. Vielen Dank Carsten Schwanke und ein langer Wahlabend geht mit uns zu Ende. Ich empfehle Ihnen jetzt aufzubleiben und sich Titelthesen Temperamente anzuschauen direkt jetzt im Anschluss. Morgen begrüßt Sie hier Pina Atterlei im Studio und ich wünsche Ihnen eine gute Woche. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Woche. Danke. Amen.